Warum ich bei Medex bin? Weil mir als ehemaliger Leistungssportler ein tolles und funktionierendes Team am wichtigsten ist. 2014 musste ich aufgrund einer schweren Knieverletzung bei Medex in der Eifelklinik als Patient meine Reha vorziehen und konnte mir selbst einen Eindruck machen, wie toll Medex mit seinen Patienten umgeht. Nach Abschluss meiner erfolgreichen Reha und meines Abiturs bekam ich 2015 die Chance, bei Medex als dualer Student im Gesundheitsmanagement im neuen Trainingszentrum in Simrad anzufangen und mein erlerntes Wissen direkt in der Praxis umzusetzen. Nun bin ich seit 2019 als Betriebsleiter im Trainingszentrum in Simrad tätig und bekomme die Möglichkeit im jungen Alter eine führende Position einzugehen. Vom Beginn meines dualen Studiums bis zum heutigen Zeitpunkt konnte ich mich persönlich, wie auch fachlich, durch Medex enorm weiterentwickeln. Die Medex Akademie hat mich dabei bestens auf die Führungsposition vorbereitet. Das familiäre Umfeld immerhalb der Medex Familie ist für mich einzigartig. Flache Hierarchien, die Möglichkeit seine eigenen Visionen und Vorstellungen im Betrieb einfließen zu lassen und vor allem mein super Team ist der Grund, wieso ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe. Darum arbeite ich bei Medex.